Lasst uns Englisch lernen. Die Formen. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat ein grünes Dreieckendeck in den Kassen damit. Triangle. Triangle. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat einen blauen Kreis entdeckt in den Kassen damit. Circle. Circle. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat ein gelbes Quadrat entdeckt in den Kassen damit. Square. Square. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat ein rotes Dreieckendeck in den Kassen damit. Rectangle. Rectangle. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat einen schönen Stern entdeckt in den Kassen damit. Star. 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 Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat ein blaues Oval entdeckt in den Kassen damit. Oval. 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 Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat eine rote Laster hat eine blaue Graut entdeckt in den Kassen damit. Diamond. Diamond. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat ein gelbes Herz entdeckt in den Kassen damit. Heart. 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 Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat ein orangenes Sechseck entdeckt in den Kassen damit. Hexagon. Hexagon. Der kleine rote Laster, der kleine rote Laster hat einen gelben Halbkreis entdeckt in den Kassen damit. Semi-Circle. 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 Semi-Circle.